Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag unserer Baukulturwochen hier aus der alten Spinnerei in Kolbermoor. Unter dem Leitsatz besser bauen, besser leben beschäftigen wir uns mit Themen für eine nachhaltige Zukunft des Bauens. Mein Gast heute ist Professor Dirk Hebel, er ist Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist auch leitender Wissenschaftler am Future Cities Laboratory in Singapur. Seine Forschung konzentriert sich auf die Untersuchung von Ressourcenkreisläufen und die Entwicklung alternativer Baumaterialien und Konstruktionsmethoden. Professor Hebel war auch wissenschaftlicher Gründungsdirektor des Äthiopischen Instituts für Architektur, Hochbau und Stadtentwicklung in Äthiopien. Herzlich willkommen, Herr Professor Hebel. Dankeschön. Wir springen gleich nach Afrika, nach Äthiopien, weil das Thema so spannend ist. Es ist ja eines der ärmsten Länder der Welt und Sie haben dort die Aufgabe gehabt, ein Institut für Architektur und Städtebau aufzubauen. Jetzt müssen Sie erzählen, wie es dazu kam. Ja, also das ist so, dass dieses Land Äthiopien eines der schnellstentwickelsten Länder in Afrika ist. Und natürlich ist auch so, dass aufgrund dieser enormen Entwicklung der letzten Jahrzehnte auch die Frage nach Wohnraum, nach gebauter Umwelt immer wieder in den Mittelpunkt gerückt ist. Und die Frage, wie man für so viele Menschen und für eine solche sich rasant entwickelnde Bevölkerung standhalten kann mit der Schaffung von Wohnraum und vor allem auch der Frage nicht nur nach einem Wohnraum, sondern nach Wohnraum, der adäquat ist, der den Bedürfnissen und der Würde dieser Menschen auch entspricht. Und natürlich ist es so, dass die Architektur dort einen Teil einnimmt, nicht den wichtigsten, aber doch, dass die Planung und die Frage, wie man mit Raum umgeht, wie man mit Fläche umgeht, ein ganz zentraler ist. Und dort steht natürlich die Ausbildung einer neuen, einer jungen Generation von Architektinnen und Architekten im Vordergrund. Sie mussten dort ja dann auch Räumlichkeiten schaffen, also ein Institut oder eine Universität, die braucht ja auch Platz und Räume und die mussten erst mal gebaut werden. Welche Erfahrungen haben Sie da in Äthiopien gemacht, als deutscher Bauherr sozusagen? Das war meine größte Angst. Ich wollte nicht als Europäer dorthin kommen und auftreten, so als der Allwissende, der Missionarische, sondern meine größte Angst war immer, nicht die Leute selbst in diese Position bringen zu können, diese Entscheidungen und die Dinge zu tun. Das heißt, wir haben uns natürlich versucht zurückzuhalten. Wir haben versucht, immer nur beratend mit dabei zu sein. Das gelingt nicht immer. Natürlich hat man irgendwann Herzblut und man hat eigene Vorstellungen, eigene Ideen, zumal als Architekt oder Architektin, die natürlich etwas tun möchte. Und ja, eine Aufgabe bestand auch darin, neue Räumlichkeiten zu schaffen für diese Studierenden. Jetzt gab es schon Pläne damals, das überhaupt schon zu erweitern, die bestehenden Gebäude. In den 50er Jahren wurde dieses Institut gegründet von schwedischen Architekten und Architekten und Bauingenieuren. Damals eingeladen von Haile Salassi, der versucht hatte damals Äthiopien international auf eine Bühne zu heben. Damals war schon der Wunsch, das Bauwesen, die Baukultur zu fördern, sie mit modernen Techniken wieder aufleben zu lassen und dann die Vorteile dieser Materialien mit unseren Partnern auch auszuspielen und anzuwenden. Ich frage Sie jetzt nicht, was Afrika von uns lernen kann, sondern was wir von Afrika lernen können. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige und zentrale Frage meiner Ansicht nach, weil wir das leider vergessen immer wieder. Was ich gelernt habe in Afrika ist, dass wir uns bewusst werden müssen, mit welchen Ressourcen wir wie umgehen. Das heißt, was ich gelernt habe in Afrika ist, dass Müll mehr oder weniger als solches, wie wir ihn kennen, nicht existiert. Die Frage von Wiederverwendung und Wiederverwertung ist ein alltägliches und immer wieder praktizierendes Gut, das dort auch gerade in Äthiopien geherrscht hat. Und ich glaube, was ich mitgebracht habe damals, war diese Frage von diesem Kreislaufdenken. Das heißt, dass wir nicht sorglos mit unseren Ressourcen und Reserven umgehen und sie einfach ausschleusen aus einem gewissen Blickfeld und unserem Handeln, sondern dass wir darauf achten müssen, dass wir immer wieder diese Materialien und die Produkte in diesen Kreislauf bringen. Und das hat mir damals sehr, sehr imponiert. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich dann auch mitgebracht habe aus Afrika. Das bringt uns direkt zu Zahlen und Fakten zu Europa, die ich mal kurz zusammengefasst habe und die mich selber sehr, sehr, sehr erschrocken haben. In Europa ist das Bauwesen für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, 50 Prozent des Primärrohstoffverbrauchs, 50 Prozent des Primärenergiebedarfs und 36 Prozent des Festmüllaufkommens. Da war ich selber sehr erschrocken über diese Zahlen und habe mich gefragt, was bedeutet das denn für unsere Zukunft in Europa? Ja, das ist eine zentrale Frage. Und ich glaube, erstens war wichtig, dass wir uns alle bewusst werden darüber. Also wir sind alle beteiligt daran, wir alle wohnen, wir alle sind Teil dieser gebauten Umwelt. Und wie ist Herr Schellenhuber, der ehemalige Leiter des Klimafolkenforschungsinstituts in Potsdam vor kurzem überraschenderweise, wie er sagt, festgestellt hat, den Elefant gesehen hat, der eigentlich hier im Raum steht. Und dass wir viel zu lange im Endeffekt es haben laufen lassen, ohne dort einzugreifen. Und die großen Mechanismen und die großen Fragestellungen vor allem, die sich in diesem Bauwesen etablieren, die wir gerade eben gehört haben, eben anzupacken. Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe in der Zukunft. Wir haben uns sehr, sehr lange mit Fragen der Energiehaushalts beschäftigt, Fragen der regenerativen Energien. Wir müssen anfangen, über regenerative Material nachzudenken. Ja, und wenn wir über Ressourcen sprechen, da gibt es so ein Sprichwort, das gibt es wie Sand am Meer. Ja. Also das heißt, es gibt ganz viel davon. Und jetzt habe ich gelesen, uns geht der Sand aus. Es gibt teilweise in Afrika schon Strände, die abgegraben wurden, um den Sand fürs Bauen zu nutzen. Das heißt, wir haben in Zukunft zu wenig Sand. Welche Ressourcen gehen uns denn noch alle aus? Uns geht sehr viele Ressourcen aus. Das heißt, im Endeffekt muss man es auch verstehen, dass unser Kosmos, unsere Welt, auf der wir leben, die Erde, ein begrenztes System ist. Das heißt, das, was hier an Rohstoffen, an Material vorhanden ist, ist begrenzt. Und das einzige offene System, mit dem wir operieren, ist die Sonne. Das heißt, alle Kreisläufe auf der Erde selbst sind geschlossen. Und nur die Sonnenstrahlung ist das einzige offene System, mit dem wir operieren. Das heißt, alles geht zu Ende. Glas, Stahl, Beton. Ja. Alles geht zu Ende. Alles, was nicht nachwächst. Im Endeffekt alles, was nicht nachwächst, ist endlich. Das heißt, entweder, wenn wir so weiter operieren wie bisher in der linearen Wirtschaft, in der wir uns befinden. Das heißt, wir entnehmen eine Ressource oder ein Material. Wir benutzen es, wir kreieren Produkte, wie zum Beispiel Bauwerke daraus. Und uns fällt zurzeit leider nichts Besseres ein, wie danach, nach der Nutzung, dieses Material zu entsorgen. Da habe ich eine Frage dazu. Also der Bürger sieht es immer, da wird ein Haus abgerissen. Dann kommen die Bagger, reißen das ein, das wird auf LKWs verladen. Und die LKWs, wo fahren die dann hin? Das sieht ja keiner. Was passiert dann mit den Sachen, die auf dem LKW sind? Normalerweise wird Bauschutt deponiert. Das heißt, dass wir das lagern in Deponien, wo wir es hinfahren. Es ist nun mittlerweile so, wir alle kennen das Prinzip nicht in meinem Garten. Das heißt, sehr viele Bauschuttdeponien sind gefüllt. Keine neuen werden mehr eröffnet. Gerade das Land, wo ich herkomme, Baden-Württemberg, hat einen Stopf verhängt dafür. Das heißt, nicht nur, dass wir diesen Bauschutt kreieren, wir fahren ihn auch noch durch die halbe Republik, um ihn irgendwo zu entsorgen, wo es überhaupt noch erlaubt ist. Und das alles, weil es ein Designfehler ist. Müll ist ein Designfehler. Das heißt, wir haben etwas kreiert, von dem wir wissen, dass wir es hinterher nicht mehr auf der gleichen Qualitätsebene wieder einbringen können in einen Kreislauf. Das ist das, was Sie gesagt haben, ein linearer Handlungsansatz. Wir haben einen linearen Handlungsansatz, der im Endeffekt die Frage nach der Endlichkeit der Ressourcen betont. Würden wir dahingegen einen kreislaufbasierten Anlauf, so wie im Endeffekt alle natürlichen Prozesse auf dieser Erde einen Kreislauf darstellen, auch das Bauwesen als Kreislauf verstehen, antizipieren und vor allem entwerfen und designen, müssten wir hinterher auch keine Deponien bereitstellen, um diese Materialien auszuschleusen. Jetzt ist noch die Frage, wo kriegt man denn die Materialien her? Das ist eine Frage natürlich, wie wir damit umgehen. Jetzt habe ich noch eine Zahl, dann höre ich auch auf mit Zahlen. Pro Bundesbürger haben wir 490 Tonnen an Baumaterialien verbaut. Also für mich sind in Deutschland 490 Tonnen Baumaterialien verbaut. Die Hälfte im Tiefbau, die Hälfte im Hochbau. Das ist ja völliger Wahnsinn, das habe ich ja nie gedacht, dass die Zahl so riesig ist. Und was können wir denn jetzt mit diesem Material machen? Können wir das nutzen? Na ja, zur Zeit leider nicht, weil es so ist, dass diese gebaute Umwelt, von der wir sprechen, von diesen 490 Tonnen, die jeder Bundesbürger seit dem Zweiten Weltkrieg angehäuft hat, eben nicht dafür konzipiert wurden, noch einmal in den Kreislauf eingeschleust zu werden. Das heißt, wir müssen, wenn wir etwas ändern, A, die Frage der Ausbildung. Wir haben gerade eben über Äthiopien gesprochen und wichtig, Ausbildung dort ist. Bei uns ist sie genauso wichtig wie in jedem anderen Land der Welt. Das heißt, die Ausbildung vorantreiben, dass wir so entwerfen, Architekturen und Bauwerke so entwerfen, damit das Material, damit die Bauteile, die Produkte auch zukünftigen Generationen nochmal zur Verfügung stehen. Ja, weil wenn ich heute auf meine Baustelle schaue, dann verkleben die, verschweißen die mit Triflex und dann werden Bauteile lackiert und beschichtet. Das kann ich ja alles später nicht mehr lösen. Das bekomme ich ja alles nicht mehr auseinander. Richtig. Da liegt das Problem. Das heißt, die Art und Weise, wie wir bauen, verhindert im Endeffekt den Kreislaufgedanken. Dass wir es wiederverwenden. Richtig. Das heißt, wir müssten hinkommen zu einer sortenreinen Konstruktionsmethode. Das heißt, wir müssten so konstruieren, dass wir hinterher die Dinge einfach auseinandernehmen können und vor allem in der gleichen Qualität. Und das bedingt allerdings ein paar Dinge, die wir nicht mehr tun sollten. Sie haben eben das Verkleben erwähnt. In dem Moment, wo ich Dinge zusammenklebe, ob es jetzt mit einem synthetischen Kleber ist, mit einem mineralischen Kleber, habe ich hinterher Probleme, sie eben wieder auseinander zu bekommen und sie zu lösen. Ich muss unglaublich hohen technologischen und energetischen Aufwand betreiben, um es tun zu können. In dem Moment spricht man von Urban Mining. Das ist ein Gedanke, der in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar aufkam. Aber er trifft es ganz gut, weil die Mine ist schmutzig, man braucht unglaublich viel Arbeit, man braucht unglaublich viel Energie und Technologie, um die Dinge überhaupt wieder lösen zu können. Also die Stadt oder die Gebäude sind sozusagen unsere Mine, unser Rohstofflager, aus dem wir Rohstoffe für das Bauen neuer Gebäude haben. Aber Urban Mining beschreibt den Zustand heute. Meine Vision wäre ein Materiallager aufzubauen. Das heißt, dass ich gar nicht in die Mine gehen muss und dort mit diesem unglaublichen Aufwand herausbrechen muss, sondern dass ich mich in einem Lager bedienen kann. Das heißt, dass ich sagen kann, naja, dieses Gebäude wird zurückgebaut. Es wird nicht abgerissen, es wird zurückgebaut. Und beim Rückbau fallen die und die Stoffe in der und der Qualität und in der und der Menge an, von denen ich auch weiß, was sie können. Kreislaufgerechtes Bauen. Richtig. Und dann, wenn wir dieses Materiallager erreicht haben, dann haben wir eine wirkliche Kreislaufwirtschaft erreicht. Und dann gibt es noch den Begriff Cradle to Cradle. Ist das das Gleiche oder unterscheidet sich das? Cradle to Cradle ist im Endeffekt die Basis dieses Denkens. Also etabliert von Michael Braungart und seinem Partner Michael McDonald, die im Endeffekt beschrieben haben, in diesem Gedanken des Cradle to Cradle, dass wir darauf achten sollten, dass eben kein Müll mehr entsteht. Dass wir sagen müssen, wir müssen solche Produkte erzeugen, die A, mal nicht gesundheitsgefährdend sind, egal für wen, für Menschen oder für Tiere, für die Umwelt. Und B, so konzipiert sind, dass sie hinterher wieder in den Kreislauf eingespeist werden könnten und dann eben endlos, ähnlich wie am regenerativen System, zirkulieren könnten. Dann würden uns auch die Rohstoffe nicht ausgehen. Würde das wirklich funktionieren, also dass wir zu 100 Prozent im Kreislauf leben und bauen oder ist das eine Utopie? Nein, das ist keine Utopie. Das können wir erreichen. Die beiden unterscheiden dann zwischen dem biologischen Kreislauf und dem technologischen Kreislauf. Im biologischen Kreislauf, klar, ich meine, das ist ein etablierter Kreislauf unserer Erde, den müssen wir nicht erfinden, der existiert. Wir müssen nur darauf achten, wenn wir das Beispiel Holz nehmen, dass wir natürlich Holz so einsetzen, dass es hinterher auch in den biologischen Kreislauf eingeschleust werden kann. Das heißt, dass im Endeffekt nach vielleicht drei, vier Varianten der Wiederverwendung, das heißt, Wiederverwendung heißt, ich nehme einen Holzbalken aus dem einen Haus und setze ihn wieder als Holzbalken in dem nächsten Holz ein. Oder dann spricht man von der Kaskadennutzung, das heißt, in dem Moment, wo der Holzbalken dann vielleicht nicht mehr eingesetzt werden kann, weil man ihn abschneiden muss, weil er vielleicht auch degeneriert ist in seiner statischen Funktion, dass man ihn dann vielleicht noch als Pressspan benutzt und immer wieder in kleineren Teilen. Man spricht dann von der Wiederverwertung. Nur in dem Moment müssen wir aufpassen, dass wir zum Beispiel die Holzspäne nicht mit einem synthetischen Kleber zusammenkleben, weil in dem Moment kann ich ihn nicht mehr in den natürlichen Kreislauf einschleisten. Kann ich in der Natur nicht zurückgeben. Dann habe ich ihn zerstört, diesen Kreislauf, und muss das Produkt im Endeffekt ausschleusen. Gibt es noch andere Beispiele für nachwachsende Rohstoffe, die wir gut verwenden können? Also Holz kennt jeder. Gibt es noch andere Dinge, die nachwachsen und die wir beim Bauen verwenden können? Na ganz viel. Wir zum Beispiel forschen auch sehr viel zurzeit weltweit an Gräsern. Gräsern haben die große Vorteil, dass sie sehr zuckerresistent sind. Das heißt, wenn ich dran ziehe, kann ich dort eigene Kraft aufwenden, was zu machen. Ganz groß zurzeit im Boom sind biologische Dämmmaterialien, Holzfaserdämmungen, kennen wir alle schon, Zellulosedämmung, Geschichten, Halfdämmung. Hier allerdings zu beachten, genau das gleiche Problem, was ich eben mit den synthetischen Klebern beschrieben habe, dass unsere Vorschriften, was zum Beispiel die Brandsicherheit angeht, dass wir nicht Dinge beimischen, jetzt zum Beispiel in eine Grasdämmung, die es hinterher wieder zum Sondermüll dekadiert wird. Also das ist die Sortenreinheit, von der Sie gesprochen haben, dann ist es wirklich nur Gras und nicht irgendwie verklebt. Oder es ist ein Zusatz, der im Endeffekt diesen Kompostierungsprozess nicht verhindert. Das heißt, biogene Stoffe beizumischen ist völlig okay. Wir müssen nur darauf aufpassen, diesen biologischen und diesen technischen Kreislauf nicht miteinander zu vermischen. Und jetzt müssen wir aber trotzdem noch auf die Pilze zu sprechen kommen, wenn Sie das uns kurz berichten könnten. Ja, also es ist natürlich so, jetzt muss man kein Mathematiker sein, um auszurechnen, Sie haben eben die Zahlen genannt, wie viel Bauschutt anfällt in Deutschland. Das heißt, sogar wenn wir heute in der Lage wären, was wir technologisch nicht sind, jedes Kilogramm Bauschutt so aufzuarbeiten, dass daraus wieder neue Baumaterialien entstehen würden, sogar dann könnten wir unseren Bedarf an neuen Baumaterialien nicht decken, wie in Europa. Das heißt, wir brauchen weitere Baustoffe, aber da uns die natürliche Mine, das heißt die Ressourcen, und hier müssen wir auch noch unterscheiden, zwischen der sogenannten Ressource und der Reserve, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Sie haben mich vorhin gefragt, was uns denn alles ausgeht. Es ist natürlich so, das Bundesministerium hat schon 2005 eine Liste veröffentlicht, wie viele Jahre wir denn welche Rohstoffe noch zur Verfügung haben, wenn wir sie in ähnlicher Art und Weise benutzen, wie heute, und die Zahlen sind alarmierend. Also wenn wir Kupfer anschauen, wenn wir Zink anschauen, wenn wir Zinn anschauen, das sind alles Materialien, die in den nächsten Jahrzehnten geschätzt zu Ende gehen. Und wir erleben es gerade. Wir erleben seit ungefähr 15, 16 Monaten eine unglaubliche Preissteigerung bei sehr, sehr vielen Materialien. Sogar beim Holz, das hat auch andere Gründe, das hat weltpolitische Gründe auch teilweise. Aber grundsätzlich erleben wir eine unglaubliche Steigerung der Materialkosten im Bauwesen. Das sind auch Metalle betroffen. Holz haben wir gerade eben erwähnt. Gips ist ein Material, das sich gerade in der Kostensteigerung von mehreren Prozentstufen erreicht hat. Wir erleben es auch beim Sand. Da uns eben mittlerweile in Zentraleuropa die Sandquellen ausgehen oder wir es auch gesellschaftlich und ethisch nicht mehr vertreten können, im Endeffekt unsere alten Flussläufe auszubaggern nach wie vor und auch Gebiete... Und mit dem Sand zu bauen. Genau, das ist heute so absurd, dass wir unseren Sand für das Bauwesen teilweise aus Australien importieren. Auf ein Schiff, das mit Schweröl fährt. Und das aber nicht eingepreist wird, dass dieser CO2-Rucksack im Endeffekt müsste bauen viel, viel teurer werden. Das ist natürlich jetzt, was den Wohnungsbau angeht, nicht genau das, was wir hören wollen. Richtig. Und da gibt es die Materialien aus und wir können sie nicht weiterhin importieren, weil wir es nicht mit unseren Klimazielen vereinbaren können. Das heißt, wir müssen forschen an alternativen Materialien. Und dann kommen wir auf einmal auf die Pilze. Nämlich die Frage ist doch, wie können wir in Zukunft mit der gleichen Logik bauen wie heute, aber nicht unbedingt mit den gleichen Materialien. Zement ist ein mineralischer Kleber. Das heißt, mit Zement klebe ich Sand und Kiespartikel miteinander zusammen, damit daraus ein homogener Baustoff Beton entsteht. Mit Pilzen kann ich biologische Stoffe zusammenkleben. Das heißt, mit einem Pilz kann ich kleine Holzstückchen, die jetzt nicht mehr in die Spanplatte synthetisch verklebt werden, sondern auf einmal mit Pilzen in Plattenwerkstoffe verarbeiten werden, als rein biologische Platten herstellen. Und den Pilz, den zerhäcksele ich, dann mache ich so einen Matsch draus oder wie stelle ich mir das vor? Ja, ungefähr. Also wir forschen an der Frage, wie wir im Endeffekt den mineralischen Kleber Zement ablösen können durch einen organisch-biologischen Kleber, der nachwächst. Ich mache es im Endeffekt wirklich so. Also das heißt, man nimmt sich Pilz. Und wenn ich jetzt Pilz rede, dann sind wir so ein bisschen, wir arbeiten nur mit dem Mycelium. Das heißt, mit den Fäden des Wurzelwerks des Pilzes. Landläufig, wenn wir Pilz sagen, meinen wir eigentlich den Fruchtkörper. Der interessiert uns nicht. Okay, wir nehmen die Wurzeln. Richtig. Uns interessiert eigentlich den viel größeren Teil des Organismus, der normalerweise im Erdboden steht. Und dort lassen wir dieses Wurzelwerk um organische Abfallstoffe wachsen. Ein Pilz ist immer auf der Suche nach Nahrung, in dem Fall nach Zucker, weil er nicht in der Lage ist, Photosynthese zu betreiben. Er kann ja auch selbst keine Zucker herstellen mit Hilfe von CO2 und Sonnenlicht. Er ist darauf angewiesen, diesen Zucker aus absterbenden Pflanzenresten zu entziehen, die im Wald liegen. Was ich jetzt gerade merke, Sie sind ein halber Biologe, damit wir irgendwann im Kreislauf bauen können. Richtig. Da muss man sich schon in die Tiefe dann reinfuchsen. Da muss ich ein bisschen reinfuchsen. Okay, also das sind diese nachwachsenden Materialien. Und dann haben wir noch die mineralischen, zum Beispiel den Beton. Können wir jetzt, wenn wir ein Betongebäude abreißen, können wir das irgendwie wiederverwerten? Ja. Zurzeit ist es eben sehr schwierig. Also ich habe von der Sortenreihen Konstruktionsmethode, wenn wir jetzt nochmal nachdenken, was ist Beton? Beton, Sand, Kleber, Stahl, Stahl, Mappen, Stahl. Das ist alles andere als Sortenreihen. Das heißt, hier haben wir ein Problem. Also wir müssen im Endeffekt eine neue Technologie erfinden, die uns hilft, den Beton so aufzuarbeiten, dass ich hinterher wieder Kies, Sand, Zement und Stahl dort liegen habe. Und nicht, was wir heute als Recycling bezeichnen, das Ding klein haue und dann irgendwo beimische. So ein bisschen nach dem Motto Greenwashing. Und funktioniert das? Es gibt solche Technologien. Also Frankreich hat jetzt letztes Jahr zum ersten Mal eine Firma verkündet, dass sie in der Lage sind, das wieder hinzubekommen, dass man im Endeffekt durch den Einsatz von Energie natürlich wieder, aber im rein mechanischen Verfahren, Sand, Kies, Zement und in dem Fall Stahl, wenn man ihn dabei hatte, auch nochmal. Und dann kann ich das wiederverwenden. Und dann, wenn das klappt, und zwar im großen Maßstab, nicht nur im kleinen Labor, sondern im großen Maßstab klappt, könnten wir sogar diese Frage von Beton, der größte Teil dieser fest verbauten Materialien, von dem Abfallaufkommen, vom Festmüllaufkommen, könnten wir zurückgewinnen in seinen ursprünglichen Qualitätsstufen der einzelnen Produkte. Aber wir brauchen Energie dafür und wahrscheinlich viel Energie. Richtig. Die Grundvoraussetzung für die Kreislaufwirtschaft ist regenerative Energie. Das ist die Bottomline, von der wir sprechen. Wir müssen es schaffen, unsere Gesellschaft auf regenerative Art und Weise mit Energie zu versorgen und damit dann den Kreislauf anzutreiben, den wir brauchen. Das hört sich jetzt beim Betonen trotzdem noch kompliziert an und irgendwie energieintensiv. Gibt es andere Materialien mineralischer Art, die wir gut wiederverwenden können? Was ist zum Beispiel mit Glas? Also grundsätzlich ist Glas ein perfekt wieder zu verwertetes Material. Das heißt, wenn wir das Glas sammeln, wir sortieren es noch nach Farben im Altglaskontainer, wir reinigen es vorher, bevor wir es rein essen. Also es ist die perfekte Kreislaufwirtschaft. Das Ding ist nur, dass wir darüber vergessen, dass wenn wir über Glas und Recyclingquoten in Europa über Glas sprechen, wir zwar offiziell sehr weit oben sind, über 90 Prozent, das aber fast nur für Gebrauchglas gilt. Das heißt, für unsere Gurkengläser und für unsere Joghurtgläser sind wir wirklich bei fast 100 Prozent. Wenn man aber schaut mal ins Baugewerbe hinein, was passiert denn mit alten Fensterscheiben? Erreichen wir Werte, die unter 10 Prozent liegen. Und das hat damit zu tun, dass die Verunreinigung der Gläser zu hoch ist. Das heißt, es gibt eine, wie so oft in Europa, eine Norm, die schreibt vor, dass nur zwei Prozent von Glasabfall darf nicht Glas sein. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie Fenster heute ausbauen, überall sind Silikoneanhaftungen. Wir haben Bedampfungen mit Metallen an den Glasscheiben. Wir haben Folien aufgeklebt auf den Glas. Die erfüllen einfach nicht die Norm, um wieder in den Kreislauf eingespeist zu können. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Problem, dass wir im Endeffekt ein Entwurfs- oder Designproblem haben. Wir müssen es schaffen, Sortenreihenfenster zu bauen, die dann wieder, ähnlich wie das Gebrauchglas, das Gurkenglas, zu 100 Prozent wieder verwertet werden können. Verstehe. Und ich habe auch gelesen, Sie bringen andere Materialien in den Bauprozess ein. Sie nehmen zum Beispiel alte Jeanshosen. Und vielleicht können Sie mal kurz erklären, was Sie mit denen machen. Ja, das ist eine Firma aus den USA. Das machen also nicht wir, sondern diese Firma. Die nimmt im Endeffekt alte Jeanshosen in eine Ressource in unfassbarer Menge natürlich, arbeiten diese auf, man ist interessiert an der Faser, an der Baumwollfaser, um sie dann hinterher als Wärmedämmung einzusetzen. Diese Firma kreiert also solche Platten und solche Rollen, die dann eingesetzt werden können als Dämmmaterial. Die Geschichte ist sehr faszinierend. Wir waren auch sehr eingenommen davon. Man muss darauf aufpassen, auch hier werden dann Fasern beigemischt, Kunstfasern, um das Ganze als Gewebe nachher wirken zu lassen. Dort muss man kritisch sein, da muss man genauer hinschauen. Das heißt, wir gucken mittlerweile, ob wir vielleicht auch Alternativen finden. Aber grundsätzlich ist der Gedanke dieses Kreislaufs dort ablesbar, vielleicht müsste man nochmal an der Zusammensetzung hinterher arbeiten und genau schrauben, dass man nicht nochmal den biologischen und den technischen Kreislauf vermischt, sondern dass man Sorten rein bleibt. Okay. Jetzt haben wir gelernt, erstens mal, unsere Ressourcen sind endlich und die reichen auch gar nicht mehr so lange, wie wir vielleicht meinen, sondern die gehen zu Ende. Das Zweite ist, wir haben ganz viele Gebäude hier stehen und wir müssen diese Materialien, die da verbaut sind, die müssen wir weiter nutzen. Und das Dritte ist, wenn wir ganz schlau sind, bauen wir kreislaufgerecht, das heißt Sorten rein und können die Materialien wieder auseinandernehmen und dann wieder verbauen, teilweise auch recycelte Materialien wieder verwenden. So, jetzt springe ich hier nach Oberbayern zu meinen ganzen Bauträgerkollegen und zu den Bürgermeistern und Gemeinderäten, die auch viel bauen, zum Beispiel Kindergärten und Schulen. Und jetzt sage ich denen, ihr müsst kreislaufgerecht bauen und ihr müsst recycelte Materialien wiederverwenden. Dann sagen die zu mir, Max, du spinnst. Also du bist ja 30 Jahre in der Zukunft, das machen wir jetzt bestimmt noch nicht. Wir machen mal das, was wir gut kennen. Was antworte ich denen dann? Naja, also ich habe erlebt in den Bröcken, die wir auch realisiert haben, dass sich ja alles zum Schluss so ein bisschen darauf konzentriert, auf die Kosten. Also das ist immer das Argument, was ich natürlich näher höre. Ja, ist ja alles viel zu teuer. Wir haben das deswegen auch mal durchgerechnet. Also die Projekte, die wir so konstruieren, dass sie wirklich zu fast 100 Prozent Sorten rein und damit kreislauffähig gebaut wurden, liegen unsere Kosten lagen. Unsere Kosten, bis vor ein paar Monaten lagen unsere Kosten. Ungefähr 15 Prozent höher wie ein vergleichbares Projekt in der Standardausführung. Nicht sortenrein, nicht kreislaufgerecht. Hätte ich dann die Chance, dass ich meine Baumaterialien wieder verkaufe am Schluss? Eben, da wollte ich gerade drauf kommen. Und wir bedachten ja nur die Investitionskosten. Wir gucken nur, was kostet das Ding überhaupt in der Herstellung. Wenn wir allein schon einpreisen, die Wertschöpfung dieser Materialien und Bauteile nach Rückbau, hätte man schon die 15 Prozent wieder ausgeglichen. Oder wenn wir jetzt, ich habe es vorhin erwähnt, die Baupreise, die für Materialien gehen gerade durch die Decke. Ich glaube, allein da hätten wir schon fast, weiß ich nicht, 5 bis 10 Prozent schon wieder ausgeglichen. Dann kann ich meinen Kupfer wieder verkaufen, dann kann ich meinen Stahl wieder verkaufen, mein Holz. Also dann habe ich ein großes Lager und dann steht das an. Richtig. Und was ich nicht verstehe, und das ist vielleicht ein politischer Auftrag für die neue Bundesregierung, warum wir diese wiederverwendeten und wiederverwerteten Materialien überhaupt mit 90 Prozent Mehrwertsteuer versehen. Die wurden ja schon einmal der Mehrwert, wurde ja schon einmal bepreist. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, weil ich glaube, hier müssten wir eine andere Politik vorantreiben. Das heißt, eine aktive Politik, die sagt, naja, für alle Materialien, die schon mal etwas anderes waren, könnte ich ja einen verminderten Steuersatz einführen. Das sind allein schon 12 Prozent Reduktionen. Und wir sehen, mit all diesen drei, vier Maßnahmen, würden wir heute schon billiger bauen, Sortenreihen und kreislaufgerecht, wie der Standard. Und man muss ja sagen, das Abreißen ist wahnsinnig teuer. Ja, also ich erlebe das, wenn wir Grundstücke bebauen, die vorher schon bebaut waren und erst mal abreißen müssen. Das kostet ein wahnsinniges Geld. Also da ist teilweise der Grundstückswert amortisiert, weil wir so viel für den Absatz bezahlen müssen. Und genau das Problem sind diese Schadstoffe, die teuer entsorgt werden müssen und die wir überhaupt gar nicht mehr trennen können. Richtig. Das ist völlig uferlos. Und ich glaube, in Zukunft wird das noch teurer werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Deponien. Das wird so sein, dass wir das nicht mehr wollen als Gesellschaft, dass wir unsere Deponien erweitern und vergrößern. Das heißt, es wird immer teurer werden, diese Schadstoffe zu entsorgen und zu entlagern. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude baue, dann muss ich an meinen Sohn denken. Richtig. Weil der irgendwann dieses Gebäude wieder zurückbauen muss. Und wenn ich will, dass der wenig Kosten hat, sondern dass er sogar nochmal Geld rausbekommt, baue ich so, dass es Sorten rein ist und dass wir es demontieren können. Das Gleiche gilt für den Staat übrigens ja auch und für Kommunen. Wenn die einen Kindergarten bauen, ist es klug, langfristig zu denken und Sorten reinzubauen und demontierbar zu bauen. Interessant. Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich einem Häuslebauer oder einem Bauträger oder einem Bürgermeister einen Ratschlag geben will, wie er kreislaufgerecht bauen kann? Sage ich ihm, du musst dir einen bestimmten Architekten suchen oder musst du besonders ausschreiben? Was muss der denn jetzt konkret machen? Also die zwei Dinge gehören, glaube ich, zusammen. Das heißt, ja, man muss, also erst mal ist es wichtig zu erkennen, dass das sinnvoll ist, ja, als Häuslebauer, als Bürgermeister einer Gemeinde, der im Endeffekt ja genau die gleiche Fragestellung hat wie eine Familie. Was passiert hinterher mit dem Material? Und dann ist es sicherlich richtig, sich Experten zu suchen, die durchaus in der Lage sind, a, mal so zu planen und b, auch so auszuschreiben. Das heißt, aber es ist gar nicht so wahnsinnig schwierig. Also wir haben im Endeffekt jetzt schon in diesen paar Minuten so die Grundzüge des kreislaufgerechten Bauens beschrieben. Das heißt, wir müssen so planen und so entwerfen, dass ich hinterher jedes einzelne Produkt und jedes einzelne Material Sortenreihen wieder herausnehmen kann. Das heißt, wir sollten verzichten auf diese Verklebung. Wir sollten verzichten auf Imprägnierung. Wir sollten verzichten auf Farben und alle Elemente, die nicht mehr lösbar sind hinterher von dem Material. Wir sollten verzichten auf sämtliche Nassdichtungen. So ein paar Architekten schaudert es jetzt an, aber bitte machen Sie weiter. Es stimmt, wir müssen im Endeffekt jedes Konstruktionsdetail neu denken und wir müssen Lösungen erarbeiten, die dann aber wieder in ähnlicher Art und Weise repliziert werden könnten oder verbessert werden können, wie wir es jetzt vor, weiß ich, vor 100 Jahren angefangen haben mit der sogenannten modernen Architektur und mit neuen Materialien. Im Endeffekt machen wir es laufend. Wir erneuern uns ständig aus dem Inneren heraus. Nur diesmal wäre es eben mit einer neuen Zielsetzung. Und diese Zielsetzung heißt Sortenreinheit. Und ich glaube ganz fest, ich meine, was wir haben in Deutschland, wir sind kein ressourcenstarkes oder reiches Land. Was wir haben, ist Ingenieurswissen. Wir haben einen Willen dazu, gut zu sein in diesen technischen Fragen. Und da habe ich eigentlich überhaupt keine Angst davor. Wo mir so ein bisschen zurzeit der Mut fehlt, ist auch gewisse politische Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Also wenn Sie davon sprechen auf der Gemeinde, wäre es doch ganz wichtig nachher, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gemeinden sagen könnten oder evaluieren könnten, jawohl, das ist jetzt ein Gebäude, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht oder eben nicht. Und was mache ich jetzt als Bau? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir ein Punktesystem einführen. Wir haben doch zum Beispiel die Lebensmittelampel. Da kreisigen Rot, Gelb und Grün. Warum gibt es so etwas nicht für kreislaufgerechtes Bauen? Warum kann ich nicht sagen, in einem Gebäude müssen 80 Prozent grüne Punkte vorhanden sein und vielleicht in einer Übergangszeit noch 10 Prozent rote oder gelbe Punkte? Aber der Mitarbeiter im Bauamt, der muss das ja jetzt erstmal beurteilen können. Ja. Und jetzt als Bürgermeister, wo kann ich den jetzt hinschicken? Auf welchen Kurs oder auf welche Schulung, dass der das lernt? Nein, ich glaube, das wäre eine Überforderung des Mitarbeiters. Ich glaube nicht, dass der Mitarbeiter so tief in die Materie eindringen müsste. Es müsste ein einfaches System geben. Also im Endeffekt müssten wir Architektinnen und Architekten das bei der Baugenehmigung schon mitliefern, im Endeffekt ein Rückbaukonzept. Also wir müssten sagen, jawohl, mein Gebäude ist zu so und so viel Prozent rückbaufähig, weil ich diese und diese Konstruktionsmethoden angewendet habe mit den und den Materialien, die nicht miteinander verbunden sind. Und der Mitarbeiter müsste im Endeffekt nur noch kontrollieren. Und da könnte ich mir dieses Ampelsystem extrem gut vorstellen. Erfüllt es diese Auflagen, die wir haben zu 80 Prozent, 90 Prozent, 100 Prozent? Und ist es eben da auch beschrieben, wie ein Gebäude rückzubauen ist? Und wenn ich jetzt einen digitalen Zwilling hätte von dem Gebäude, wenn ich mit BIM arbeiten würde, dann könnte ich ja sozusagen mein Materiallager digital hinterlegen. Jetzt bräuchte man noch den digitalen Bauantrag. Dann reiche ich den einen, dann wird es gespeichert. Dann steht da drin, im Kindergarten der Gemeinde XY so und so viel Holz, die und die Stahlträger, die und die Kupferleitungen. Und dann melde ich mich sozusagen irgendwann an. Dann stelle ich wahrscheinlich den Rückbauantrag digital. Und dann wird es ins Materiallager eingeschafft. Ja, und das ist doch der große Vorteil der Digitalisierung. Also wenn wir anfangen würden, nachhaltiges Bauen mit der Frage der Digitalisierung zu verbinden, wird ein Schuh draus. Zurzeit denken wir immer nur in so einzelnen, wir haben jetzt, weiß ich, einen Beauftragten für die Digitalisierung in Deutschland, einen Beauftragten für die Nachhaltigkeit. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Wir müssen anfangen, vernetzt zu denken und miteinander zu operieren und zu denken. Und was Sie jetzt beschrieben haben, ist das Materiallager. Wenn ich heute, wir sind ja so intrinsische, irgendwie Visionäre, wenn ich heute jetzt irgendwie hingehe und in einem alten Gebäude wie hier baue ich einen Stahlträger aus und sage, naja, für mein Wohnhaus hätte ich jetzt wahnsinnig gern diesen Stahlträger. Sie wissen ja gar nicht, was ist das für ein Stahl, was kann der, was wurde angenommen. Das heißt, Sie müssen einen riesen Zenober führen, um nachzuweisen, dass dieser Stahlträger bei Ihnen zu Hause das Dach trägt oder nicht. Das müssen wir vermeiden. Und das können wir über die Digitalisierung und den sogenannten Materialpass. Weil es klingt ja jetzt gar nichts, wenn ich als Bürgermeister sage, übrigens mein Kindergarten, den können wir jetzt wieder abbauen. Wer möchte was haben? Da kommt ja keiner. Sondern ich muss das irgendwie intelligent. Eben, es muss vorhanden sein, die Information. Die Information muss abrufbar sein und sie muss vorhanden sein. Und dann wird da ein Schuh draus. Diese Vernetzung von verschiedenen Bereichen miteinander. Ein sehr schöner Effekt, nur noch als Beigeschmerz, den man natürlich hat, mit Sortenreihen bauen, das kommt mir jetzt, wo Sie sagen, Kindergarten, ist natürlich der Effekt, dass dieses Wohnklima wesentlich besser wird. In dem Moment, wo wir keine Kleber mehr benutzen, wo wir keine Ausdünstungen mehr haben aus den einzelnen Materialien, wo wir Sortenreihen operieren, tun wir einen wahnsinnig großen Schritt in die Richtung eines gesunden Wohnens, eines gesunden Bauens. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben jetzt mit mehr Projekten, eins auch in Zürich, wo es auch mal gemessen wurde. Das ist natürlich so ein Beigeschmack, nicht Beigeschmack, ein Beiwerk, dass das dabei kommt. Das ist ein super wichtiges Thema. Ein super wichtiges Thema auch. Ich habe zwei Baubiologinnen in meinem Team. Und wir wollen mit dem Thema weiterkommen. Und jetzt wollen wir die Innentüren in den Wohnungen, wollten die ohne Bauschaum einbauen lassen. Und dann sind die auf Schreinereien zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen die Innentüren aber ohne Bauschaum eingebaut haben. Sie glauben gar nicht, was da los ist. Sie sagen, ja, warum wollt ihr keinen Bauschaum machen? Das haben wir jetzt schon immer mit Bauschaum gemacht. Das können wir gar nicht mehr ohne Bauschaum machen. Das ist völlig verrückt. Da sieht man mal, wie weit wir durch diese Bauindustrie und durch diese ganzen Klimaschäume auch vom guten Handwerk weggekommen sind. Genau, richtig. Und das ist ganz wichtig. Also wir haben eine Einheit gebaut in Zürich, die sogenannte Urban Mining and Recycling Einheit, die genau dieses Thema aufgegriffen hat. Und die Frage nach gutem Handwerk ist dort extrem zentral. Das heißt, die Frage, wie man ethisch an diese Frage herangeht, dass man sich hinterfragt. Wir haben zum Beispiel festgestellt, mit Handwerkern, denen wir unser Ansinnen erklärt haben, dass wir Sorten reinbauen möchten, dass wir auch teilweise Schritte zurückgegangen sind in der Entwicklung. Also dass man bei der Installation eben nicht mehr diese Kunststoffverschweißung benutzt, sondern dass wir gesagt hätten, wir hätten gerne Schraubverbindungen mit Metallrohren. Da wurden wir teilweise ausgelacht und gesagt, ja, das haben wir doch vor 20 Jahren gemacht und jetzt nicht mehr. Und wir haben gesagt, na gut, dann war es halt eben vor 20 Jahren besser. Weil man kann es dann hinterher wieder auseinandernehmen und hat die Einzelteile wieder vor sich liegen. Und ich muss es nicht abschneiden und wegwerfen hinterher. Das heißt, diese Frage, die Sie da ansprechen, nach der ethischen Haltung des Bauens, ist meiner Ansicht nach eine unglaublich wichtige Frage. Und wir haben auch teilweise erlebt, dass dann die Handwerker selbst auf uns zukamen und gesagt, Mensch, früher haben wir es doch so und so gemacht und wir können es doch auch hier das nochmal anwenden und wir können es leicht verändern. Und diese Identifikation, diese Frage von der Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten des Handwerks, haben wir erlebt, dass mit solchen Themen sich nach vorne spülen und zugehört wird und versucht wird, gemeinsam Lösungen zu entwickeln für solche Bauwerke. Und das ist auch so ein Nebeneffekt, den wir dort erlebt haben. Wir haben das gemeinsam aber auch gemacht mit der Zimmerei Kaufmann aus dem Vorarlberg, die wir so einen unglaublich hohen Standard im Handwerk haben, die die Produktion im Endeffekt in die Halle verlagert haben, Module vorgefertigt haben. Und ich glaube, auch hier geht es Hand in Hand. Die sind auch komplett demontierbar. Richtig, genau. Diese Einheiten sind komplett demontierbar. Wir haben also dort in Zürich sieben Module gebaut. Amal sind alle Module wieder herausnehmbar, separat. Man kann sie auch austauschen. Man könnte sie austauschen, wenn eins umgebaut werden sollte. Und alle Materialien und alle Elemente sind so konzipiert, dass sie komplett kreislaufgerechten Sorten rein und ausgebaut wurden. Haben Sie ein Lieblingsgebäude? Ja, ich habe ein Lieblingsgebäude, das im Endeffekt sich diesen Fragen widmet. Das ist im Endeffekt eine Denkschule, die ich da entwickle. Ich habe diese Professur für nachhaltiges Bauen. Aber ein gebautes Haus, gibt es ein gebautes Haus, wo Sie sagen, das ist mein Lieblingshaus, weil? Ja, da tue ich mich schwer mit, weil es gibt natürlich immer wieder Aspekte von gewissen Gebäuden, die mir sehr gut gefallen, sei es jetzt von dieser Ebene, von der wir jetzt gesprochen haben, von der technischen Umsetzung, sei es von der räumlichen Ausbildung her. Sicherlich gibt es da Aspekte. Und mir ist ganz wichtig, dass man versteht, dass es nicht das eine Objekt sein muss, dass wir uns einschießen, dass wir nicht irgendwie eine Stilrichtung vorgeben möchten. Oder ich höre auch ganz oft, ich habe diese Professur für nachhaltiges Bauen, dass Nachhaltigkeit irgendwie eine Form oder ein Aussehen haben möchte. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt nicht. Nachhaltigkeit ist keine Stilfrage oder keine Typologiefrage. Nachhaltigkeit ist eine Denkfrage und eine Frage, wie ich verantwortungsvoll mit Materialien und mit Ressourcen, auch der menschlichen Ressourcen, Arbeit, mit Energien umgehen. Und da gibt es ganz viele Gebäude, die mich erfreuen. Also ich erfreue mich daran, wenn Lösungen gefunden werden, die im Endeffekt zum Beispiel es erlauben, ein Haus zu heizen, ohne dass ich dann eine Heizung einbaue. Oder dass ich erlebe, wie Materialien so miteinander gefügt werden, dass man sie sehr leicht wieder auseinander bekommt und Innovation dadurch entsteht. Das sind alles Häuser oder Gebäude, die mir Freude machen und die ich gerne sehe. Haben Sie ein Gebäude, das Sie selber gerne noch bauen würden? Also dieses eine Haus als Architekt, wo Sie sagen, da wäre alles drin vereint, das wäre so mein Lebenstraum, wenn ich das bauen darf? Ja, das ist lustig, die Frage, weil die stelle ich mir selbst immer wieder. Also wenn ich jetzt bauen würde, wir selbst leben nicht in einem Einfamilienhaus, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und haben dort eine Wohnung, auch aus gewissen Gründen. Und wenn ich jetzt aber bauen würde, wäre es dann so, dass man zu einem Punkt käme, den Sie gerade beschrieben haben, dass man sagt, so, das ist es jetzt. Ich glaube, eher manchmal habe ich so ein bisschen Angst davor, weil man genau weiß, in dem Moment, wo es fertig ist, denkt man, oh Gott, das ist mittlerweile so fortgeschritten, aber man hat neue Ideen oder es gibt wieder neue Erkenntnisse, die man auch durch die eigene Arbeit erlangt. Ob dann dieser Zufriedenheitsgrad erreicht wird in diesem eigenen Werk, weiß ich nicht. Also das ist so eine Frage, die mich selbst beschäftigt. Deswegen sind Sie Professor, deswegen sind Sie Wissenschaftler, weil Sie immer hungrig bleiben und immer einen Schritt weitergehen wollen und immer nach dem Optimum suchen. Ja, ich glaube schon. Vielen Dank, Herr Professor Hebel, für das Gespräch. Es war wirklich auch so ordentlich spannend. Dankeschön. Vielen Dank.